Innen. So. Schön, schön, schön. Okay. Das erste, was ich brauche, wie immer, sind Steine. Steine, Steine und nochmals Steine. Etwas, was ich schon die ganze Zeit vernachlässigt habe, was ich immer schon machen wollte. Hier, das wird auch noch schöner, irgendwann. Ich werde es wahrscheinlich verlegen darüber und dann gucke ich mal, wie ich das nochmal verbinde. Oh je, am Ende wird der Solver heute nichts mehr, das wäre Horror. Ja, hoffen wir mal, dass es noch was wird. Wir sind auf jeden Fall alle gute Dinge. Er sagte ja, es wird dann halt nicht 19 Uhr, sondern 20 Uhr. Das wäre ja noch verkraftbar. Dann habe ich heute einfach einen ganz normalen, schönen Abendrollenspiel, so wie das Freitagsabends bei mir immer der Fall ist. Und dann geht das halt morgen bei mir ganz normal los. Ich habe es im Kopf schon so ein bisschen in die Richtung geplant. So, ich mache nur ein kleines bisschen Deko. So, ich will den Cobblestone langfristig in den hinteren Bereich zumindest loswerden. So. Machen wir mal zumindest bis hier. So, machen wir mal bis hier. Ich werde immer langsamer vom Wasser weitergespült. Hehehe. Nein. Der schöne, wertvolle, glatte Stein. So, erst mal so. Und das werde ich dann nach und nach ersetzen. Und das werde ich dann nach und 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 nach. Und das ist dann so. Et voilà. Hallo, Playstone. Freut mich, dass du auch reinschneist. Ich habe ja heute das Projekt, was starten soll, angekündigt. Die Initiatoren wissen noch nicht genau, ob sie es schaffen bis 20 Uhr. Deswegen kann es sein, dass es, dass ich den neuen Server-Stream auf morgen verschieben muss. Aber da ich auf jeden Fall was heute machen wollte, bin ich nochmal in meiner normalen Skyblock-Welt zugange. Oh, ich habe noch davon. Sehr gut. Äh, Quatsch. Das. Habe ich noch Knochen? 30 Stück. Okay. Okay. Dann pflanzen wir noch ganz kurz den Krams hier an. Okay. Et voilà. Dann noch hinten kurz die Tiermaterialien abfarmen, so wie es sich gehört. Okay. Und dann brauche ich, wie immer, Steine. Die werden in den Nether gesteckt. So. Ah, was machen wir denn jetzt die nächsten zwei Minuten? Wir können uns über irgendwas Schönes unterhalten. Was haben wir denn? Heute ist Freitag. Es ist 20 vor 6 und dadurch, dass es bedeckter Himmel ist, wie halt im Januar sehr häufig, äh, ist es schon ziemlich düster. Man merkt so langsam, wie die Tage länger werden. Ich glaube, das erzähle ich so alle zwei Wochen. Aber dadurch, dass es jetzt schon, äh, ja, Sonnenuntergang ist und die Wolken sind, ist es leider schon ziemlich dunkel. Also man merkt, dass es immer noch Winter ist. Äh, nicht schlimm. Wärst, äh, sowieso zu spät gekommen, weil ich Sport gemacht habe. Oder hätte. Äh, du bist in der Schule umgeknickt und hast den Fuß angestacht. Au. Okay. Immerhin hast du Zeit, meinen Stream zu gucken. Also ich, ähm, werde jetzt so zwei Stunden streamen, ungefähr. Also bis, äh, viertel vor acht ungefähr. Mal gucken, ob in der Zeit bei Discord irgendwas reinkommt. Ich habe unseren Discord-Channel immer für das Projekt immer nebenher laufen, damit ich weiß, falls da was passiert. Und dann kann ich notfalls noch spontan rüber in den, äh, in den anderen Stream hüpfen, beziehungsweise auf den Server hüpfen. Ich muss erst noch das Modpack installieren. Das ist noch nicht bekannt gegeben. Die haben jetzt die Woche ein Modpack zusammengestellt. Ich habe mir dafür jetzt CurseForge installiert und, ähm, 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 genau. Muss im Prinzip nur noch warten, dass sie das bekannt geben. Und deswegen hoffe ich, dass es heute noch was wird, dass ich zumindest schon mal installieren kann. Und wenn ich fertig bin mit Installieren, äh, werde ich morgen wahrscheinlich so drei, vier Stunden spielen. 20 Uhr sechs? Hä? 20. Moment. Hä? Habe ich jetzt was Falsches gesagt oder habe ich... Bin ich verwirrt? 20 Uhr sechs. 20 vor sechs. Jetzt weiß ich, was du meinst. Äh, ich habe 20 vor sechs gesagt. 20 vor sechs gesagt. Aber du hast wahrscheinlich 20 Uhr sechs. Vielleicht habe ich genuschelt. 20 Uhr sechs. Hallo, Hizo. Tudu. Ähm, genau. Vielleicht habe ich etwas genuschelt. Deswegen habe ich jetzt so um die zwei Stunden Zeit. So. Oh, meine armen Spitzhacken. Und ich habe noch nicht mal eine... Noch nicht mal einen Packen raus. Das ist so traurig. Ich hoffe, dein... Ich hoffe, dein, äh, Fuß guckt... Tut nicht allzu weh. Bist du beim Sport umgeknickt oder war das einfach so? Man kann ja alles Mögliche passieren. Und ich habe noch einen Packen raus. Und ich habe noch eine... Die drei Stunden Zeit. Wie kann ich den Peugeknocken? ein bisschen höher kann es glaube ich so ist glaube ich besser oh Gott noch nicht mal einen zweiten Packen zusammen es könnte vielleicht einfach nur ein bisschen Farm Session für Steine werden wurde auf der Treppe von einem aus der Parallelklasse geschubst auf dem Weg in die Pause ich hoffe er hat dich nicht mit Absicht geschubst und hat sich dann dafür entschuldigt okay das ist blöd zumindest hat er es nicht mit Absicht gemacht wenn es so stimmt wenn er es noch nicht mal gemerkt hat aber trotzdem wäre es dann schöner bekommen wenn er es mitbekommen hätte und dann sagen oh sorry ist was passiert tut mir leid immer noch keinen zweiten Packen die Steine sind aber heute sehr ich sage mir mal gerade das was übrig auf der anderen Seite rumliegt jetzt den zweiten Jahr jetzt habe ich den zweiten Packen nicht alles in die Lava fliegen ich brauche die Steine doch so so wir gehen so ganz allmählich in Richtung drei Packen so so ganz allmählich zweieinhalb das Projekt lade ich auch auf YouTube hoch ja da gibt es eine neue Playlist für und immer wenn ich da gestreamt habe dann wird es da auch veröffentlicht ich habe auch abgeklärt dass ich das darf also alles super nur die IP darf ich nicht veröffentlichen ist klar damit nicht jeder hin zum Kunst der das sieht da drauf joinen kann also wir wollen Leute nach innenweit und ein bisschen äh gucken am besten wenn man jemanden kennt oder so wollen wir gerne noch neue Leute drauf lassen genau ich bin mal gespannt also ich habe ja ein paar der Mods schon gesehen die Woche die da drauf kommen sind interessante Sachen dabei der Schwierigkeitsgrad wird deutlich höher sein als bei äh normalen Minecraft na gucken mal bin gespannt so okay drei packen einer davon kommt direkt in den Ofen String kein String auch nicht so viele Knochen sehr bedauerlich Spinne die Spinnen die vor meiner Nase runterfallen lassen fast nie irgendwelche Strings fallen das ist so traurig okay dann ist das halt so dieses Gewürge okay ah ja genau einer in den Ofen das habe ich ja schon angekündigt oh brauche ich meine ganze Kohle das einpacken okay da kommt ein Packen rein da kommt ein Packen rein und da kommt ein Packen rein 28 oh ne kommt dann erstmal hier rein so dann wollte ich die Bäume noch fällen ha danke für nichts so jetzt geht es erstmal aber in den Nether ich möchte mehr Nether Mobs generieren dafür muss ich ihn größer machen so was machen wir denn machen wir das ganze so 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 na gut das hier wird erstmal einpacken verbraucht 1 1 1 1 2 So. Okay Und schon ist der Packen Oder sind die zwei Packen Weg Warte Hier sind zwei Hier sind auch zwei Okay Ich bin ja ein großer Freund von Symmetrie Okay Das ist glaube ich Du hast glaube ich einmal asymmetrisch Warte Also hier Und dann immer so Ne Sieht für mich gleich aus Es muss jetzt auch nicht perfekt sein Aber Für mich sieht es glaube ich gleich aus So Jetzt hoffe ich dass auf dem Auf der Meerfläche Kein Ding Ich hoffe dass auf der zusätzlichen Fläche Jetzt ein paar mehr Monsters spawnen Und ich brauche noch mehr Steine Damit ich noch ein paar Werkzeuge herstellen kann Damit es noch ein bisschen größer wird Huch Hallo 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 So und für das neue Projekt Brauche ich auch nochmal unglaublich viel Steine Deswegen Erst wird nochmal in Nether gesteckt momentan. Ich möchte gerne Untertage noch einiges machen. Da hatte ich jetzt noch eine Idee, wie ich weitermachen kann. Das Schlimme ist... Wo ist meine Höhe? Da, 65. Ich muss bis auf Höhe 30 runter. Das sind noch etwa 20. Ups. Ja, das war immer meine Spitzhacke. Holz brauchen wir auch immer. Tipp, 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 tipp und tipp. Das auch noch. Öh, da. Äh, ah ja, der auch. Et voilà. So, 31 Stück. Das ist schon mal gut. Äh, falsch. Gut. Gut, ähm... Strings. Okay. Oh, das ist relativ viel Holz. Das ist gut. 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 Na, das ist schön. Aha. Okay, jetzt noch mal zwei Minuten hier hinstellen. Oder sagen wir vier. Wahrscheinlich. Über die Zeit versuche ich, was zu trinken, ohne dass ich die Maustaste loslassen muss. Und es funktioniert. So. Ja, es ist momentan nicht allzu spannend. Das passiert manchmal. Das habe ich sonst immer in den Zwischenfolgen gemacht. Aber da ich momentan etwas mehr streame und etwas weniger Zeit für Zwischenfolgen habe, muss ich halt die Zeit investieren, wenn ich die ganzen Steine haben will. Ich könnte zwar jetzt einfach in Creative gehen und mir 20 Packen Steine ins Inventar legen, aber irgendwie fühlt es sich nicht stilecht an, wenn ich das so mache. Jetzt habe ich Nightbox geschrieben. Warte, ich muss mal ganz kurz Nightbot schreiben. Nightbot. So, besser. Genau, dieser böse Nightbot, der mir ein paar automatisierte Nachrichten zur Verfügung stellt, hat gestern eine meiner treuesten, momentan treuesten Viewerinnen getimeoutet und ihre Nachrichten gelöscht. Das fand ich sehr fies. Der hat das ungefragt gemacht und jetzt habe ich ihm die ganzen Mod-Rechte entzogen. Jetzt kann man wieder erst mal fröhlich Caps schreiben und solche Dinge. Da hat er ein bisschen ein Auge drauf gehalten, was nicht so schlimm ist. Falls es über Hand nehmen sollte, kann ich es auch noch mal aktivieren. Also dieser Nightbot hat automatische Funktionen gegen Spam-Nachrichten. Er filtert zum Beispiel automatisch Links raus, was sehr sinnvoll ist. Also Links sollten nur von Moderatoren und vom Streamer selbst gepostet werden erst mal. Er kann nach bestimmten Usern, die schon mal gemeldet worden sind, Ausschau halten und Schimpfwörter filtern. Oder wenn jemand in Capslog schreibt, das wird ja normalerweise als Schreien benutzt und solche Sachen kann der aus Chat-Nachrichten rausfinden und sperrt dann eventuell diese Chat-Nachrichten beziehungsweise kann die Chatter, die das geschrieben haben, auch automatisch timeouten. Da das ein bisschen nach hinten losgegangen ist, weil Frau Nachbarin dann einfach mal getimeoutet worden ist, weil sie eigentlich was harmloses geschrieben hat, habe ich den Nightbot etwas entschärft, damit er das nicht mehr so schnell macht. Beziehungsweise macht das momentan gar nicht. Twitch hat schon von sich aus ein paar Filterfunktionen, auf die greife ich erst mal zurück und wenn es ein bisschen zu überhand nehmen sollte irgendwann, wenn ich mal mehr Chatter habe, mehr Viewer, mehr Leute, die aktiv am Chat teilnehmen und vielleicht auch mal unfreundliche Sachen schreiben, dann kann ich das notfalls nochmal einschalten. Aber momentan ist es noch kein Problem, ich habe bisher nur nette Leute im Chat. Fast nur nette Leute im Chat. Genau. So, gleich haben wir zwei Packen, das ist schon mal ein Anfang. So. 21 und plus zwei. Okay. Juhu, Strings. Uh, dankeschön. Aua. Fällt der mir einfach hier auf den Kopf. Egal, ich kriege so viel verrottetes Fleisch. Da passiert so schnell nichts. Na? Wird es nicht runterfallen und ihr könnt ruhig mal die ganzen magischen Gegenstände fallen lassen. Ich hätte gerne nochmal Eisenstiefel oder sowas, die die mitbringen könnten. Äh, ja. Ich wollte nach, beziehungsweise. Alles zu seiner Zeit. Liegt da drüben noch was? Das ist noch ein Baum. Ich glaube, jetzt bin ich so langsam an dem Punkt, wo ich nochmal Birke auch hochzüchten kann. Lass uns ein bisschen überlegen. und dann haben wir auch ein bisschen was. Das kommt gleich dran. Naja, genau. Oh, so. Okay. Ich wollte noch einpacken Steine in den Nether bringen. Na, du kannst das Hühnchen. So. Also langsam habe ich noch ein bisschen Fläche hier drüben. Okay. In der Hoffnung, dass es was für die Spawnrate hier drüben bringt. Hier kommt das übernächste Projekt hin. Aber heute beschäftigen wir uns erst einmal mit meinem schönen unterirdischen Dungeon. Wir brauchen einen Eimer. Den Eimer. Das ist der einzige Eimer auf der ganzen Welt. Na, komm schon. So, in welcher Höhe bin ich? 58. 55. Da muss ich noch ganz schön viel runter. Wie wäre es denn mit hier? Oh ja, da habe ich noch viel Fläche übrig. Okay. Ähm. So, hier will ich eine kleine Treppe bauen. So, zwei rüber, zwei runter. Fangen wir erst mal an. Das sind dann erst mal sechsmal Höhenunterschied. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Atmen nicht vergessen. Hä? Hä? So. Okay. Na, Wasser fließt ab. Sehr schön. Spannend. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Mist, ich habe es vergeigt. Äh. Mache ich hier noch einen geradeaus? Ich mache hier noch einen geradeaus. So, ich muss noch einmal runter. Ah. Für mich ist das immer sehr spannend, weil ich das nicht so mega oft mache. Okay, das ist nicht so wichtig. Ähm. Noch einen. Okay. So, hier geht es noch geradeaus. Hier geht es den ersten runter, hier geht es den zweiten runter. Und dann geht es rüber. Ist das richtig? Eins, zwei, drei. Jawohl. So. Dann geht es zwei rüber. Dann geht es wieder zwei hier rüber. Oder sogar mehrere. Sollen wir mal so. 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 Das macht gleich alles Sinn, was ich hier tue. Also einer so, einer so, einer so, einer so, einer so. Und einer so. Da kommen jetzt Treppen drauf. Und hier kann ich von oben runter wollen. Okay, kriegen wir hin, ohne dass ich all meine Steine verbrauchen muss. Äh, jo. Okay, jetzt brauche ich ein paar Steintreppen. Ah, ich habe hier noch einen zweiten. Sehr schön. So. Gucken noch, ob es Materialien gibt. Das darf ich wirklich nie vergessen. Das darf man. Das darf ich. Genau. Okay. Okay, öh. Ach, ist noch gar nicht ganz fertig. Das ist an und für sich okay. Oops. Die spawnen auch nicht. Na gut. Äh, da, da, da. Dann bevor mir die Steine direkt schon wieder ausgehen, noch ein bisschen so. Ich weiß, ich wollte nur Treppen holen, aber ich kenne mich ja. Ich muss immer ein bisschen Materialien beschaffen, damit ich immer was zu tun habe. Oh, Moment. So. 18 erst. Oh, es geht immer so langsam. Ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Es bringt ja noch nicht mal eine Diamantspitzhacke oder irgendwas. Nicht, dass ich eine bauen könnte, aber, äh, ich bin ja darauf angewiesen, dass der Stein hier nachspawnt immer. Und das dauert immer eine halbe Sekunde, nachdem ich es abgebaut habe. Okay, 39 sind 39. Äh, Strings. Okay, Treppen habe ich keine. Nichts, zumindest nicht die, die ich brauche. Ähm. Brauche ich einen 4, 8... Ich mache mal 12 am Anfang. Hier liegt nichts mehr. Okay. Rein da. Nein. So. Äh, oh, das ist falsch rum. So. Ja, ein bisschen tiefer muss ich schon noch. Jetzt auf 48. Ne, 49. Mist, ich hätte, glaube ich, besser... Mist, ich hätte, glaube ich, besser... Ich hatte eine Deko-Idee. Okay. 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 Ja, freut mich, wenn du, ähm, nochmal wiederkommst. Habe mich gefreut, dass du generell da warst. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit bis dahin. Und guten Appetit und Grüße an deinen Bruder oder so. Falls das Abendessen ist. So. Ich glaube, ich mache das hier nochmal weg. In meinem Kopf sah das nämlich anders aus. Das kommt auch nochmal weg. So. Ne, 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 die schönen Steine. Sowas. Jesu macht Stream-Pause. Das ist okay. Okay. So. Jetzt spüre mich bloß nicht runter. So. Ich bin jetzt auf Höhe 49. Das heißt, ich muss mindestens 20 Blöcke tiefer. Ah, da ist schon einer. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Atme nicht vergessen. Ich glaube, mit zehn komme ich erst mal aus. Nicht nebenunter, bitte. Atme nicht vergessen. Nee. Nee. Na, ist recht, gerade so. Ich brauche eine Potion of Water Breathing. Achso, hier kann man atmen. Okay. Wenn man aufpasst, kann man hier atmen. Okay. Hallo, Frau Nachbarin. Äh, so. Hm, 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 hm. Oh Gott, wie mache ich das denn im, im, im. Wie mache ich das denn im, im. Gibt es mal da. Die Mods sind da. Oh, warte. Warte, dann muss ich mal ganz kurz in Dingens gucken. Okay. Oh. Da unser geliebtes Curves Forge heute nicht arbeitet, kann ich nicht das Modpack veröffentlichen. Aber es gibt eine Alternative, wie wir es spielen können, mit ein paar einfachen Steps. Okay, Step 1, gehe unter meinem Modpack und mache ein Custom Profile. Also, lasst uns mal gerade Curves Forge starten. Okay.